Jungs, seid mal ehrlich, schämt ihr euch nicht? Ehrlich, was ist das? Geht mal jetzt sofort abonnieren hier. Es tut mir leid, dass das Video ein bisschen kurz geworden ist, aber bei mir macht gerade Schule ein bisschen Stress, deshalb tut es mir leid, aber am Mittwoch oder am Donnerstag werden auch hier bei zwei oder so Videos kommen, ne? Aber Jungs, ich hab's einfach geschafft. Ich bin auf die Insel, also auf dem Server, ne? Also, das ist ein krasser Hardcore-Server. Ich bin auch viele Streamer, das heißt, ich werd paar Stream-Flappen, ne? Aber Jungs, ich hab mit Schmackfohlen geredet, Digga. Das ist ein krasser Ehrenmann, mein Gott. Ich sag euch ehrlich, der Server ist auch krass. Ich werd hier auch nicht viel trollen, aber so Stream-Snapper ist auch süß, ne? So dieses unauffällige Stream-Snappen. Und ja, das war was, Retalk, geil, Digga, ich sag euch ehrlich. So, ja, um das Video ein bisschen länger zu machen, mach ich noch ein 10 Sekunden Montage rein. Oh mein Gott!